Musik Ihr habt Interesse an diesem oder anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Herzlich willkommen, schreibt mal alle Hallo in den Chat, dann weiß ich mal, wer alles da ist, weil dann... Alter, Alter! Wewewe! Was? Ich übersetze auf Deutsch. Du scheiß Buss! Mann, 27 Zuschauer, Alter! Leute! Wow, es ist wirklich viel los. 27 Zuschauer. Es ist ja... Bei 27 Zuschauer, da muss ich ja... Die Kiste fährt sogar noch. Da muss ich mal gerade... 27 Zuschauer... Äh... So. Ups, nein, das wollte ich gar nicht. So. So. Äh, ja. War was? Nee. Äh, das sieht nicht gut aus. Äh, warum... Achso. Moment. Oh, Tatsache, er kriege ich nochmal anpacken. Du bist eine Arschgeige. Echt, da zieht er hier noch nach vorne. So. Äh, das ist nie passiert. Schneiden wir raus. Ach, scheiße, ist live. Ähm. Ihr vergesst das, sonst... Äh... Das kacke ich schon dein Klo. So. Auch wenn du keine Fahrgäste hast, wollen die ausschrechen. Was? Was? Fuck, ich hab nicht aufgepasst. Äh, 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 fuck. Ist das überhaupt noch richtig? Äh, nö. Ähm. Äh, äh. Äh, 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 äh. Warum immer mir? Moment, wenn ich hier, da, 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 da... Ja, kann ja nur schief gehen. So, du hast mich nicht nur abgelenkt, sondern auch verlenkt. Äh, äh, Entschuldigung. Ich ziehe diese Aussage zurück. Okay. Ja, äh, äh, eng. Ach, Alter. Dieser scheiß Busch, ey. Wer hat dir denn so tief gelegt? 28 Zuschauer. Ich begrüße sie. Na und her an. Jetzt muss ich ja langsam ernsthaft seriös werden. Äh, gibt's ja gar nicht. Äh, nicht so schnell. Hm. Okay, jetzt müsste ich eigentlich nur rechts und da... Äh, fuck. Äh, ich muss da hin, ne? Ist die Haltestelle hier? Hä? Äh. Wie viel Tank hast du noch? 35. Ach du Scheiße. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir den leer kriegen. Mal gucken. So, äh, 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 kannst du mal mit mir Cities of Motion 2 spielen? Sag ich jetzt nix zu, hab ich grad eben schon mal zugesagt. Äh, äh, okay. Ach, guck mal, hier gab's nen Unfall. Was für ein Zufall. Hm, fick dich. Da-da-da-da-da-dum-dum-puh. Da-dam-da-da-de-da-da-da-dom-dum-dum-dum-puh. Okay, äh... 29 Zuschauer. Es wird immer mehr. Das ist ja fabulös. Hab ich jetzt ernsthaft den Poller umgefahren? Ein 15-Tonnen-Bus. Ah, okay, 15 Tonnen nicht. Ein 4-Tonnen-Bus versus einen Baumstamm. Äh, ein Holzpfahl. Ja, beziehungsweise besser gesagt Es sieht so aus Scheiße, Alter Er hat ernsthaft den Motto ausgemacht Okay Mach die Kiste an Genau, bitte hier passenden Atompilz einfügen Alter, vorwärts Meine Fresse Bus ist noch dümmer als RTL So, hat er nicht gesagt Doch hat er Okay 450, wir sind wieder auf Linie Yay Ihr seid das schuld, ihr habt mich abgelenkt Dieses Scheißlied Ich muss damit aufhören Und weniger Drogen nehmen Das ist auch so ein Motto Also, ich werde jetzt Und ihr könnt mir das leider nicht verzeihen Ich habe versprochen, ich esse nichts mehr im Let's Play Aber es tut mir leid, mein Hals kratzt so derbste Ich werde mir jetzt hier so ein Ach komm, wir sind doch heute schon Bei der Schleichwerbung Ein Nordic Fresh Dingens in den Hals schmeißen Weil sonst Fahr doch einfach im Leerlauf Dann geht das mit dem Tank besser Yeah Steuerst du mit Maus oder Lenkrad? Mache ich die ganze Zeit so hier oder was? Meine Tischplatte ist Meine Tischplatte ist wirklich Hier Mehr Platz ist da nicht mehr Also, wo verwutet ihr immer ein Lenkrad? Okay Wir müssen links Ne? Ja Irgendwie Deja Vu Nächste Haltestelle Endetal-Bressler-Platz Eingang Alter Alter Habt ihr das gesehen? Wie kann eine KI nur so saublöd sein? Echt Meine Fresse Da wird einem ja schlecht bei Oh, mich muss ich gar nicht halten Ah, Mann, ey Ich kriege hier gleich echt Psychosen Wir müssen gleich Berlin fahren Direkt in Richtung Nervenklinik Echt Guck mal, diese Ampeln sind auch sehr praktisch Meiner kennt immer genau, was gemeint ist Habe ich irgendwas verpasst? Ne, muss ich auch nicht halten Tschüss Hm, ja, ja Bestimmt ist die KI von RTL gesponnen Sagt Okay Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Rechner leidet Oh, ich muss hier raus Wartet mal gerade Ich schalte mal gerade das Wetter nochmal auf bestes Wetter Um zu gucken, ob das vielleicht die FPS wieder rettet Weil das ist echt Alter Mit 16 FPS ist nicht lustig So, wie gesagt Das, was ich gerade esse Ist so ein Hals Nordic Dingens Hals Schön Hals Mein Halsstipp 33 Leute Alter Herzlich Willkommen Was ist denn da los So Ähm Ja Ich habe gerade irgendwie das Wort Maschendrahtzaun im Kopf Aber ich weiß nicht warum Also, was ändert man eigentlich Ne, wie ändert man eigentlich das Mausbild Dingens Was angezeigt wird Also, wenn man Ein Bildschirm sieht Unter Windows 10 Kann man davon eine Analyse schreiben? Ich habe keine Ahnung, worum es geht Äh 4 Minuten Verspätung Scheiße Oh, ich habe eine Idee, was den Leck auslösen könnte Pass auf, wir machen mal Oberflächen Na, 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 na Bam Naja 21 Oh, wir könnten tanken Sollen wir mal schnell tanken? Oh Gott, dann dauert es noch länger Guten Tag, Kollege Was war der lustigste Moment in Omsi 2 bei dir? Ähm Ich weiß nicht, ob das in einem Leistung war oder in einer Aufnahme Auf jeden Fall irgendwo im 200er Bereich Ich fahre in die Spur von der Bus Also in so eine Einkerbung von der Bushaltestelle rein Und mein Bus So ein Citaro Fliegt einfach quer über die Map Wirklich mit Hyperspeed Und es war irgendwie sehr verwirrend So, die 450 muss hier rein Ah, hier waren wir doch schon mal Das war wirklich der geilste Moment in Omsi 2 Wo es einfach nur Ich weiß nicht, was ich machen soll Ich mach wieder Soundeffekte mit Ich mach das voll gerne, Mann Don't judge me Okay Okay, Momentchen Nicht loswerden? Okay Jetzt kann sie loswerden Scheidenwischer Was? Beste Scheidenwischer Oh, das Oh, Alter Alter, das Bild im Kopf Ich hab über deinen Link Das Gladback Addon gekauft Das guck ich nach So, warte Log in Log mich ein Ja, mach hin Das guck ich nach Nein, hast du nicht Es hat jemand Citizen Motion 2 gekauft Es hat jemand Flight Simulator X Steam Edition Und American Truck Simulator gekauft So Tschüss Okay, 35 Zuschauer Ja, damit bin ich echt zufrieden Das ist ja voll geil Verkehrsruppel Geschwindigkeitsruppel Hey Der fährt einfach durch Was ist Wir haben doch bestimmt Leute hier Die einigermaßen was von Bussen wissen, oder? Was ist das Für ein verficktes Zeichen Ich hab das nie rausgefunden Echt Was sagst du dazu, dass Herr Lustig gestorben ist? Das hab ich grad eben schon mal gesagt Ich find's ziemlich traurig Weil ich damit auch aufgewachsen bin Ich hab das bis zum Sterben geguckt Der meckert ja, das ist ja unglaublich Wo hat der nur seinen Meckerschein gewonnen, oder wat? So Doch, aber die Webseite ist abgeguckt Und dann hab ich neu geladen Und dann war dein Link sicher nicht da Ja, das kann sein Warum sind die Scheibenwischer eigentlich noch an? Mach die Kiste aus, ey Mach aus! Danke Das hat doch was mit Funk zu tun, oder? Ich hab keine Ahnung Die alten Folgen waren viel, viel besser Ja, die traditionellen noch Wirklich, das war genial damals Nächste Haltestelle Läppertal, Altes Rathaus Umsteigermüdlichkeit zu den Indien 451, 454, 455, 456 Das kannst du auch ausmachen Wie? Okay Die Scheibenwischer sind immer noch an Fick dich doch Mann, mir fällt das überhaupt nicht auf Jetzt sind sie aus Du bist da, ich hab dich doch Ich hab dich doch